Fure Lebensqualität, das verspricht dieser moderne Winkel-Bungalow hier in Pesum. Das Objekt ist im Jahr 2018 gebaut und steht auf einem Eigentumsgrundstück von 656 Quadratmetern. Es verfügt über eine Wohnfläche von 145 Quadratmetern. Folgen Sie uns jetzt auf einen kleinen Rundgang. Kommen Sie herein und lassen Sie sich inspirieren von dieser wunderschönen Immobilie. Direkt zu Rechten möchte ich Ihnen als erstes das Gäste-WC präsentieren. Ausgestattet ist es mit zeitlosen Fliesen am Boden und an den Wänden. Als nächstes möchte ich Ihnen die Küche präsentieren. Das gesamte Objekt verfügt über eine Dreifachverglasung. Die Küche ist ebenfalls aus dem Baujahr 2018. Angrenzend daran befindet sich ein weiterer Raum. Dieses wurde zuletzt als kleines Wohnzimmer genutzt. Natürlich wäre dieser Raum auch ideal als Büro oder als Esszimmer. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne den Hauswirtschaftsraum präsentieren. Der großzügige Hauswirtschaftsraum verfügt über ein separates Waschbecken und einen Zugang in den Außenbereich. Außerdem befindet sich hier die B- und Entlüftungsanlage und die Therme aus dem Baujahr 2011. Weiter geht es über den Flur in das Schlafzimmer hier im Erdgeschoss. Das gesamte Objekt ist mit Klick-Vinyl am Boden ausgestattet. Von hier aus gelangen Sie in das Bad on Suite. Ausgestattet ist das Bad mit einer sehr großen ebenerdigen Dusche, einem WC und einem Waschbecken. Weiter geht es in das schöne Wohnzimmer. Hier direkt vor Kopf befindet sich das schöne große Wohnzimmer. Von hier aus haben Sie den direkten Zugang auf die sich geschützte und teilweise überdachte Terrasse. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne das Obergeschoss präsentieren. Über eine moderne und in weiß abgesetzte Eichentreppe erreichen Sie das Obergeschoss. Hier im Obergeschoss befinden sich zwei Zimmer und ein Duschbad mit angrenzendem Dachboden. Als erstes möchte ich Ihnen das Zimmer meiner linken Seite präsentieren. Das Zimmer ist ausgestattet mit einem Velux-Dachfenster und auch hier im Obergeschoss finden Sie komplett den gleichen Bodenbelag wieder wie im Erdgeschoss. Direkt gegenüber befindet sich das Duschbad mit WC und Waschbecken. Ein zusätzlicher Waschmaschinenstellplatz befindet sich direkt hinter der Tür. Am Ende des Flurs befindet sich das dritte Schlafzimmer, das mit vorbereiteten Küchenanschlüssen ausgestattet ist, sodass die Immobilie auch in zwei separate Wohneinheiten geteilt werden könnte. Und zum Schluss befindet sich hier noch ein kleiner weiterer Abstellraum. Und jetzt möchte ich Ihnen den Außenbereich präsentieren. Im Außenbereich finden Sie unter der Auffahrt eine bereits vorbereitete Bodenplatte mit Elektrik und Leerrohren für eine mögliche Garage oder einen Carport. Die Terrasse in Südlage bietet teilweise eine Überdachung mit integrierten Spots. Ihre Fahrzeuge parken wohlbehütet auf den diversen Stellplätzen direkt auf der großzügigen Auffahrt. Diese Immobilie bietet eine ideale Kombination aus moderne Ausstattung und praktischen Details. Wenn Ihnen dieser Rundgang durch dieses wunderschöne Haus gefallen hat, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Das Ahoy-Team wünscht Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank.